Ja, Mann, so lieb ich das. Willkommen zu einem neuen Video. Viele haben es nicht hinbekommen. Und deswegen wollen wir uns heute noch mal ausführlich anschauen, wie das funktioniert. Ey, guck mal, wie geil das ist. Heute wollen wir aus dieser hässlichen Wand eine richtig geile Spachteltechnik machen. Was ist das denn hier? Was ist das hier und hier? Du machst das schon wieder. Ja, nicht so. Ihr habt ja im letzten Video einige Fragen gestellt. Das Geile ist, es ist einfach super einfach. Ich denke mal, da kommen wir locker auf 300 Watt. Ja, ich kann einfach nur sagen, Freunde, vielen, vielen Dank für euren Support. Also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist eine richtig geile Technik. Im letzten Video ging es ja darum, Wassertropfen zu lackieren. Und wie das Ganze im Einzelnen funktioniert, das seht ihr jetzt. Tque Frage gestellt.